hey leute und herzlich willkommen zu diesem neuen video ich melde mich mal wieder aus köln und zwar in diesem video muss ich nur ganz kurz erklären dass dieses video was jetzt halt kommen wird eigentlich als eine art projekt geplant war leider konnte ich dieses projekt nicht durchsetzen beziehungsweise nicht so wie es jetzt aufgenommen ist benutzen allerdings sind die aufnahmen von 30 minuten die ich da gemacht habe halt einfach gut genug gewesen dass ich mir dachte schmeiße die nicht alle in papierkorb sondern nutze die mal um ein kleines speed building von einem pc zusammen zu machen das habe ich euch jetzt zusammengeschnitten und folgt jetzt nach dem intro wenn euch das video gefallen hat gibt dafür auf jeden fall eine bewertung und dann werde ich eventuell noch mal das ganze projekt neu aufnehmen mit einem neuen pc und dann werdet ihr das schon sehen folgt mir auf jeden fall auf twitter link unten in der beschreibung und dann bekommt ihr das auf jeden fall mit gut dann viel spaß mit dem video und wir sehen uns nach dem intro so leute da bin ich auch wieder und ich würde sagen wir beginnen jetzt einfach mal damit das gehäuse hier auspacken dafür habe ich mir extra ein unboxing messer geholt und ich würde sagen los geht´s so als nächstes kommt das letzte teil was wir jetzt noch auspacken so und da wir jetzt schon mal mit den großen teilen fertig sind packe ich die kamer an und schicke weiter runter damit ihr noch mehr sehen könnt so und los geht´s mit dem einbau des netzteils so Musik Musik So, das war's dann auch schon von diesem Video. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir dann in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch diese Woche Sonntag wieder um 16.30 Uhr. Bis dann, haut rein und ciao.